so lang ist es ja ein jahr jetzt mache ich wieder auf die fische litte schiff zu jagen war schon ganz nervös und aufgericht schauen mal ob sich jetzt einiges geändert hat und wie ich mich da schlage versucht es jetzt alleine ist ein risiko weiß natürlich nicht wie gesagt wie sich das schiff jetzt hier verhält gegenwind ist natürlich sehr schlecht und hab ja auch land nur die gefahr ist natürlich größer wenn ich dem schiff jetzt hier noch eine ewigkeit hinterher schipper dass dann halt andere spieler kommen und ich da mich mit denen auseinandersetzen muss und ich würde es doch ganz gerne mal alleine probieren so versuche erstmal aufzunehmen zu drehen und den inhalt im richtigen wind zu cachen nehme ich das gerade auf ja was kommt da hinten ja es ist ein risiko ich versuche das jetzt hier mal abzupassen gut stehe im guten wind vielleicht gehe ich die gleich von hinten aber es ist schlecht jetzt gucken dass ich vom land weg kommen natürlich noch auf wenn er jetzt frei hat mich natürlich ziemlich gekniffen oder so ich So, jetzt versuche ich mal durch den Wind zu drehen. Es ist ein schlechtes Verhörer gleich zu Anfangs. Man muss das gucken, dass ich vom Land bekomme. Wie gesagt, ich hätte natürlich auf OpenSea besser schnappen können das Fies. Allerdings ist halt das Risiko immer größer, dass dann halt andere dabei sind. Und die sind halt immer selben. Das Schiff, das ich übrigens fahre, ist auch ein Elytischschiff gewesen. Und das habe ich mir mal geholt, ab damals, als es noch keine Rekordbodys gab. Das heißt, du hast die Elytischschiffe bekommen. So, alle Winden haben noch eine kleine Neuerung. Ich habe damals den Elytischklang gespielt. Und die Chaos-Docker hatte ich gespielt. Und da waren dann zu wenig Leute. Auf Dauerhandlung dann halt ein wenig langweilig. Deswegen ich halt dann noch passiert habe. Und bin jetzt nur zu einer guten und größeren Community gestoßen, die auch schon dafür bekannt sind, also wie von E-Servan, gute Kämpfe zu liefern. Und haben auch schon gute Filme gemacht, also Videos. Und ja, schauen mal, ob ich wieder anschließen kann. So, jetzt bin ich noch unterwegs mit der Reparatur und warte ich noch ein bisschen. So, jetzt bin ich noch. So, jetzt schicken wir noch ein paar Männchen in die Kanonen. So, jetzt sind wir noch passiert, bisschen Ettlich. So, jetzt schicken wir uns. So, jetzt sind wir uns da. So, jetzt stehen wir uns da. So, jetzt sind wir runter. So, jetzt sind wir. Und dann wird nun so reineinander. So, jetzt wird tatsächlich gehen. So, jetzt geht es hier. So, jetzt kommt hierher. Oh, das ist verschlecht. So, ich lasse jetzt mal die erste Rapportur laufen und versuche jetzt mal die Charge etwas zu messen. Ich bin immer noch ein bisschen nervös, wie macht das gerade? Ich glaube, es ist halt ein Jahr vorbei. Das ist natürlich ein riesiges DICK-Schiff hier anzugehen. Ich bin auch schon davor gewarnt. Ich bin auch schon davor. Die Temperaturen laufen noch. Ich muss halt zusehen, dass ich den nicht jeder von hinten oder auf der Seite erwische, die schon geschädigt ist. Die Temperaturen Ich bin immer noch Locos. so die repartoren sind fertig wenn es halt nicht hinkommt nehme ich ein wenig weiß aus das muss halt gar nicht passt dass der kampf jetzt schon wieder zum zum land sie trägt Untertitelung des ZDF, 2020 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 microphone muted, microphone activated untertitelung des ZDF, 2020 untertitelung des ZDF, 2020 Was ist das? Ich muss noch mal pro Tour laufen, um ganz sicher zu gehen. Ich muss noch mal pro Tour laufen, um ganz sicher zu gehen. Ich muss noch mal pro Tour laufen, um ganz sicher zu gehen. Ich muss noch mal pro Tour laufen, um ganz sicher zu gehen. Ich muss noch mal pro Tour laufen, um ganz sicher zu gehen. Ich muss noch mal pro Tour laufen, um ganz sicher zu gehen. Ich muss noch mal pro Tour laufen, um ganz sicher zu gehen. Ich muss noch mal pro Tour laufen, um ganz sicher zu gehen. Ich muss noch mal pro Tour laufen, um ganz sicher zu gehen. So, ich muss noch mal pro Tour laufen, um ganz sicher zu gehen. Ich muss noch mal pro Tour laufen, um ganz sicher zu gehen. Ich muss noch mal pro Tour laufen, um ganz sicher zu gehen. Ich muss noch mal pro Tour laufen, um ganz sicher zu gehen. Ich muss noch mal pro Tour laufen, um ganz sicher zu gehen. Ich muss noch mal pro Tour laufen, um ganz sicher zu gehen. Ich muss noch mal pro Tour laufen, um ganz sicher zu gehen. Ich muss noch mal pro Tour laufen, um ganz sicher zu gehen. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020